einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren netzplay auf diesem kanal und wir befinden uns in willow creek und hier haben wir einmal unsere liebe penny mit der spielen wir jetzt aber nicht nein wir spielen mit der hier mit der wg da gehen wir doch jetzt einfach mal drauf und dann starten wir auch dieses spiel ja gestern kam ja die simsvereine auf ebc und star 2 das ging gestern doch wohl etwas schief ich habe es erst um halb neun hochgeladen warum auch immer keine ahnung youtube wollte gestern dieses video nicht pünktlich online bringen er hat mit der verarbeitung so lange gebraucht ja und wir befinden uns hier in der wg hier haben wir einmal die katie sammer dann haben wir eine die jasmine black deswegen heißt und hier haben wir einmal den nico berg er sieht etwas anders aus als die anderen aber sein ziel ist es ein wenig abzunehmen und wir haben hier noch den tobias langer er ist ein durchtrainierter sim und ich zeige euch da jetzt einfach mal die wg und ja hier befindet sich dann auf der rechten seite das schlafzimmer der mädchen und ja sieht eigentlich ganz okay aus hier drei betten und ja schminkspiegel und dann kommen wir einmal zu dem schlafzimmer der jungs hier stehen auch drei betten drin und dann gehen wir einmal in wohn und wohnzimmerküche und essbereich hier ist der computer von denen da hängt der fernseh habe ich alles selbst eingerichtet das findet ihr auch in der galerie unter fitness flow und hier dann hat die küche mit dem essbereich und ja hier steht ein geldautomat kann ich damit eigentlich was machen das spielt ansehen im achso ok kann ich eigentlich nur ansehen aber egal ja ähm hier ist dann halt einmal das badezimmer waschbecken toilette dusche und eine badewanne und dann geht es auch gleich in den garten mit einem großen pool einer sitzgelegenheit eine schaffelei eine grill ein negrill gutes deutsch florian heute ist mal wieder dein tag und dann gehen wir einmal in den keller hier haben wir einmal die bar und gleichzeitig fitnessraum mit disco also ein aufenthaltsraum für die und ich würde sagen nicht lange schnacken wir legen doch sofort los die liebe summer hat hunger so wie es gerade aussieht so dann kannst du mal was kochen nochmal gartendalat partyröse so äh Würstchen gröllen wo bist du denn äh warum wohin gehst du ne nicht du du warum warum weswegen es gibt essen hallo nein hör auf nein hör auf Würstchen zu grillen das interessiert die aber auch nicht ne du sollt da schwamm gerade ein dicker fisch ähm hallo du solltest nicht grillen aber egal so dann gucken wir mal was die jungs so treiben so mit der nico jetzt fangen die alle hier an zu grillen der eine ist am kochen der eine ist am grillen was macht er ja ja das ist gut das ist gut wartet warum weswegen warum warum weshalb weswegen warum sind die fenster wieder so blöd gott so und man hat hier ein super ausblick auf den pool äh die geht eigentlich soweit ganz gut mein freund ähm die folgen gehen ab sofort nicht mehr so lange wie sonst immer aber ähm ja oh neun minuten noch ah du bist am grillen du hast dir was zu essen gemacht aber dafür haben wir jetzt wieder etwas zu essen jetzt stelle ich mal in den kühlschrank genauso wie die hotdogs sind doch hotdogs oder ja ne tufu blöber 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 ähm so ihr seid am essen dann könnt ihr euch doch eigentlich mal unterhalten freundlich ja hallo ich bin die ich bin die jasmin so genau wenn du gegessen hast kannst du ach ich hasse was trainieren du kannst du dich auch mal was zu essen holen wie ihr seht müssen die sims immer hier rumlaufen und wer macht da liegestütze ich hab gefragt wer der liegestütze macht nancy landgrab ja gut was du bist du nicht immer noch da ja du tratscht mit ah ja gut läuft nico bär hat die fitnessfähigkeit ja finde ich gut da fährt noch draußen waren ich das meine inventar sonst denken andere können sich an mein essen sich bedienen und nein das möchte ich nicht was machst du bist du überhaupt also ok du möchtest tanzen ach bin ich doof da muss ich hin ja erstmal ein screening machen mein mauspids ist wieder dreck und es nervt wenn du eigentlich mal dann kannst du nach danach duschen danach kannst du dir mal ein bett suchen äh nimm mal das beanspruch mal das monster an dein bett einsprühen wo ich sehe keins beanspruchen beanspruchen so wir werden mit der wg jetzt jeden donnerstag spielen du bist duschen kommst du bitte mal nach hause du sollst dich bei fremden leuten abhängen so ihr seid noch unten wa wenn nicht du bist jetzt schon müde wa doch bist du ähm hör mal auf das buch zu lesen achso achso du kannst dann mal ins bett gehen geht jetzt auch alle schlafen du stehst nur blöd rum ne was hast du denn ähm serienromantikerin ja gut aber jetzt haben sie keine wie geht's dir eigentlich eigentlich so ganz ganz weit ganz gut ja gehen wir an pc du bist schlafen du bist schlafen warst du so müde kann ich mir nicht vorstellen doch warst du so ähm wie ich nur gesagt das haus kann man sich in der galerie runterladen und selber mal spielen ähm ja so du braun was machst du eigentlich da gerade brauchst du nicht du kannst na 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 schreiben ein buch ne mach kein buch schreiben üben so mach mal ein bisschen schneller hier aber jetzt ist es auch für dich an die allerzeit in der zeit schlafen zu gehen und ich muss mal hier die lichter auf automatisch alle lichter auch was schön was mit den lichtern habe ich auch noch um den pool gemacht wieso sind die lichter hier unten nicht an einschalten alle lichter da waren die an da waren die an jetzt gehen aber hier wieder die ganzen lichter an autolichter alle lichter du stehst schon wieder auf warum du möchtest trainieren wow der junge ist aber echt aktiv aber bevor du trainieren kannst du mal auf die toilette gehen geh auf die toilette geh das mal verwenden setz schon die nächste auf sie war hier und er war schon ja geh dann geh ach sie geht jetzt blöd auf einmal zuerst auf toilette ja läuft äh ja finde ich jetzt eigentlich nicht so prickelnd aber ja gott ähm toilettenstau so dann kannst du verwenden ich hätte eigentlich ein zweites badezimmer hinbauen müssen ähm ich glaub das werde ich noch dann halt unten im keller machen und ja Stau am Klo ja geh doch was essen und du gehst was essen was ist mit dir du musst auch auf Klo dann verwende das doch mal bitte und ja ja so so was ich selbst zu geh raus genau so wenn euch die Folge mit der Sims WG gefallen hat dann lasst doch gerne eine positive Bewertung nach und zeigt es mir doch mit einem Abo mit einem Daumen nach oben und einen Kommentar wenn es euch nicht stört und ja ich würde sagen das war's wir sehen uns in einem nächsten Let's Play bis dann euer Flo Ciao Ciao Ciao